Musik 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 Genau, jetzt von links nach rechts. Zack, 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 zusammen. Das kann ich nicht. Flach zu heben! Flach zu heben! Zusammen! Jetzt, Carly, mit vielen Gefühlen schon langsam auseinander. Ich will nicht, dass jeder sieht, Carly. Schau mal, schau mal schnell zusammen. Super, dann hast du es mit der linken Hand. Das wäre direkt. Flach zu heben! Mit der linken heben! Ja! Carly, mit der linken. Dann möchtest du die linken und die rechten. Dann möchtest du die linken und die rechten. Ja, ich gehe doch noch nach rechts. Super, sehr gut! Geil! Bist du so aufwälkommen? Bist du gerade hier drüben? Komm, wir nehmen nur noch einen. Zwei ist ruhig erreicht. Carly! Du einen, nimm doch Leute. Wir nehmen auch noch einen. Den können wir uns so zeigen, Carly. Blöffen! 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 Ja, das kannst du, Carly. Super! Du kannst auch jedes Zwei in einem. Zwei in einem. Zwei in einem. Zwei in einem. Und dann hältst du... Dann hältst du es mit der rechten Hand. Das Loch zu heben! Zwei in einem. Das ist so. Super! Und jetzt, he? Die Store ist ein relativ weitergrösser Ginko. Jetzt machen wir es aber ein bisschen schwieriger. Du machst nichts anderes, als du das einmal einlemmst. Mit der linken Handzucker, und die Ecke, der auf der minderen Seite lockst du. Ja, okay. Dann ziehst du den hier zu mehr. Dann ziehst du ihn noch ein wenig. Dann hast du da eine Schneidstelle, das ist auch eine. Hier kannst du die Luftblase. Du musst nur noch einen halten und einen loslassen, dann kannst du alle drüben. Oh, Flase. Wie meinst du das? Billy meint nicht das gleiche. Von der Luftblase, einen halten und einen loslassen. Ja, das ist ja sicher falsch, oder? Nein, nochmals Kalle, nochmals runter. Da muss man runter schauen. Vorne durch, das wäre hinten durch. Vorne, den rüberziehen. Draufblasen. Und jetzt der richtige Ausflug. Wie möglichkeit, der ist noch nicht. Der ist schon probiert. Ehrlich, das ist schwierig für dich. Komm, bleib hin. Du wirst spielen. Nein, nein. Schluch zu heben! Schluch! Oh! 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 Karlis, doch! Sind deine Eltern auch hier? Die fängten sich jetzt zu uns schämen, ey! Passt du? Schwägerchen! Die wollen nach Hause gehen, das wird man verrückt. Was? Karlis, schau mal! Nimm den! Nimm den! Wir machen es jetzt einfach. Dann kannst du es auch. Ja, wir sind ganz schön. Bleib dir ein bisschen höher. Wir machen es ganz einfach. Dann kannst du es auch. Schau, wenn der schön braut blickt. Dann kannst du mit dem von unten nur so. Zack, Zack! Und dann klickt er rein. Ja? Mit der Scholl. Mit der Scholl. Mit der Scholl. Nein, ich habe nicht gesagt. Zack, Zack! Zack, Zack! Karlis, sag mal. Zack, Zack! Nein, du Zack, Zack! Zack, Zack! Zack, Zack! Mit der Scholl. So, Zack, Zack! Zack, Zack, Zack! Das ist noch mal der Lieder. Das ist noch mal der Lieder. Ja. Zack, Zack! Das ist noch mal der Lieder. Ich habe auch eine Lieder den Hochhapne.